ASV-Tagesupdate Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Der HSV sucht auf beiden Außenverteidiger-Positionen Verstärkung. Hinten links soll eine Ergänzung zu Muheim kommen. Eine feste Verpflichtung von Noah Katterbach ist weiterhin möglich. Bewegt hat sich in der Personalie aber noch nichts. Auch Chima Okoroji, der sich in Liga 2 nicht als Backup sieht, ist kein Thema beim HSV. Heißer ist die Spur zu Brooklyn Esee von Wehen-Wiesbaden. Esee war von 2008 bis 2019 HSV-Jugendspieler. Ob Esee zurück nach Hamburg wechselt, ist unklar. Denn Hannover 96 ist in der Pole-Position. Auch Bundesligisten buhlen um Esee. Ablöse liegt bei ca. 1 Mio. Euro. Der HSV verlängert den auslaufenden Vertrag mit U21-Topstürmer Dauda Beleme bis 2025. Mit der Verlängerung erhält er zudem seinen ersten Profi-Vertrag. Beleme soll zeitnah ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Laut der Bild-Zeitung soll der Drittligist FC Ingolstadt ein möglicher Kandidat für eine Laie sein. Zudem soll Immanuel Ferrai nicht wie erwartet heute, sondern morgen seinen Medizin-Check beim HSV vollbringen. Beim heutigen Trainingsauftakt der Braunschweiger Eintracht war Immanuel Ferrai nicht dabei. Des Weiteren hat sich Sportdirektor Peter Vollmann zu der Personalie geäußert. Was sagt ihr? Denn meiner Meinung nach verspricht sich Vollmann und bestätigt den Wechsel von Ferrai bereits am heutigen Tag. Da ist noch gar nichts unterschrieben, sondern der HSV hat Interesse. Ich glaube auch noch ein anderer Verein, Entschuldigung, der Interesse hat. Da ist noch nichts dicht, da ist noch nichts zu Ende verhandelt, sondern es ist das Interesse da. Und Manu ist natürlich für uns ein sehr guter Spieler. Das heißt, wir haben letztes Jahr gut gearbeitet, so einen Spieler hier dann letztendlich hinzuholen, der jetzt zumal als HV wechselt. Also uns tut er natürlich sehr weh, aber das ist das, was ich gesagt habe. Der eine oder andere Spieler fällt natürlich auf und wenn dann einer auffällt, der wird natürlich dann für größere Vereine auch interessant, genau wie Leon Lauberbach, der nach dem KSV Meschner, die auch international unterwegs sind, da gibt es einfach mehr zu holen als bei uns. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.